hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu no one lives forever ich freue mich dass ihr wieder mit dabei seid so wir sind auf dem dach ja es geht leider moment nicht so leise wie ich eigentlich gerne hätte aber es hat anscheinend keine großen probleme gemacht wir sind ja auf dem dach und das hotel soll man jetzt ohne die verfolger verlassen und das machen wir auch mal sie ist im luftschacht ja das geht auch was ihr könnt kann ich schon lange da ging es runter bist du gerade vom dach gefallen anscheinend kommen wir jetzt hier runter oder ja aber das tut immer noch sehr sehr weh dann bleiben erst mal hier oben so und da kommen wir gut runter alles klar frank bitte installiere überwachungskameras an den efeu haltern der eindringlinge die wand hochklettern und über den dachboden reingekommen sind danke mel borscht gärtner so da geht es wieder ins hotel rein das wollen wir ja nicht die voll kranken herkommt da irgendwie dann wahrscheinlich auf der seite dann aber wahrscheinlich jetzt dann hier hoch klettern ok jetzt sind wir auf der anderen seite hier was bringt uns das moment ist hat man die nachricht da schon gelesen die haben wir noch nicht gelesen die sollte man nicht noch lesen so weiter ich könnte mir vorstellen dass es da irgendwie weiter geht nein oder heißt es dass wir dann aber irgendwie wieder hoch kommen moment mal das ist es gerade übersehen gehabt ja da kommen wir weiter da kommen wir wieder aufs dach hoch an super supervisor wagner von chef pfefferhausen kann freisch verräte für oktoberfest den er nicht finden jemand soll bitte die lager des hotels durchsuchen ok so von da kamen wir ja könnten vielleicht darüber gehen da kommen wir wahrscheinlich rein da kommen wir nicht hier rüber müssen wir wahrscheinlich außen rum hier gehen alles klar über die dachrinne denke ich mal ja guck mal und das dinge sind ja kaputt da kommen wir nicht da kommen wir nicht dran was war das was war das bin ich so jetzt sind wir an der kaputten renne vorbei weiter geht's das ist wieder so ein luftschacht ok ach du schande wo werden wir da jetzt gerade rein gelandet das ist anscheinend egal bier wahrscheinlich lecker hallo redet nicht mit mir rezept oktoberfest überraschung 46 funt hat fleisch 17 geschnittene zwiebeln 8 tassen paprika 57 tassen kotons 22 eier 39 minuten dämpfen und kalt servieren alles klar bis jetzt mit mir liebe zeit bist du ok ja was machen wir öfters so wieder sind wir im haus drin im hotel aufzug außer betrieb ach nee wirklich bier da geht es dahin wo es bier ist hallo hier ist ja was los ja das kannst du aber laut was wo ach da oben erst mal ganz kurz mit dir reden beziehungsweise wo ist sie hier drüben tötet sie tötet sie tötet sie tötet sie tötet sie tötet 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 ich brauche noch ein bier ok was du nicht alles brauchst hat man nicht da irgendwo ne körperpanzer oder gehabt in der nähe wir haben ziemlich viel von unserer körperpanzerung verloren ist aber ungünstig das scheint aber nirgends was zu sein ich hätte was gesehen gehabt aber entweder haben also schon genommen gehabt was blöd gewesen war ja wahrscheinlich haben also schon genommen wie man das besser hin doch besser hin wo ist sie das wird ja noch schlimmer verdammt gut das sieht doch schon einiges besser aus da legt er sich schon wieder hin hauptsache sein sein glas steht noch so dass er da keine probleme hat da kommen wir gar nicht hin ausgang exit ja okay dann machen wir doch das sie ist entkommen was hast du gesagt ich glaube ich höre nicht richtig sie nun ja nicht zu glauben sie ist entkommen wie konnte das passieren dachtest du das glück sei auf ihrer seite nein fräulein wagner dann gibst du zu dass du versagt hast ja fräulein wagner ich muss bestraft werden genau was ich dachte wie kann ich dich bestrafen elektroschocks sind schmerzhaft oder vielleicht eine gehörige tracht prügel aber bitte schließen sie mich nicht von ihren konzerten aus das würde ich nicht ertragen tatsächlich dann hast du gerade deine strafe selbst gewählt eine woche lang wirst du nicht an meinen motivationskonzerten teilnehmen dürfen zwei wochen bitte gnade ich mag es nicht dich so zu bestrafen aber ohne disziplin würde diese organisation vor die hunde gehen kaputt verstehe zwei wochen lang kein gesang jippie bei noch maliger überlegung finde ich die strafe zu hart also doch liebe elektroschocks ja fräulein wagner ja hättest du mal lieber nichts gesagt das hat sie noch gehört wir müssten direkt über dem wrack sein heil dich ein bisschen wo ist denn da der kavalier du erzählst mir nicht dass es für ein kleines mädchen viel zu gefährlich ist da alleine runter zu gehen ich habe nicht das manifest und das logbuch auf dem schiff vergessen tja und ich habe das teil nicht in die luft gejagt soll ich es machen nein ich wollte mich nur mit dir streiten drückt mir die daumen oh je und die haben leute sind auch schon unterwegs aber der typ dumm auch mal am schluss noch was gesagt so wo sie noch in höhere weite ist sie geht die taucher los du musst das schiffsmanifest und das kapitänslogbuch holen oh und wenn du eine halbleere flasche lafroik irgendwo in meiner koche rumschwimmen siehst wäre ich sehr verbunden wenn du sie mir mitbringen würdest du bist ein säufer und ein feigling sie dürfen über meine hobbys und meine hygiene sagen was sie wollen aber wenn sie noch mal meine männlichkeit angreifen dann schwöre ich dass ich sie zusammenschlagen werde ich bin kein feigling deine drohungen erschrecken mich nicht ein guter schlag kann so was hässliches wie dich gut umhauen willst du es rausfinden ich werde mich ein wenig aufruhen ich möchte nicht gestört werden richtig der rest von uns wird gestört du dicke verdammte heulboje ich habe liebes tolle katzen gehört die besser sagen als du kritik bleibt denen ohne talent oder disziplin für die kunst ich bedauere dich brauchst du nicht das was du tust nennst du kunst verdauungsprobleme sind eher kunst schwachsinniger fetzag fetzag ja soviel dazu ok wir müssen das schiff finden und bergen das ist doch auch schon da kommen wir doch gut rein oder ich glaube da geht es nicht weiter dann gehen wir doch mal in die richtung schauen wir uns einfach mal überall um vielleicht findet man ja auch noch irgendwas interessantes so was wie das ja du hast das schiff manifest entdeckt das ging aber jetzt schnell damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet das ist so schnell gehen okay aber wir haben ja immer noch das andere weil wir suchen müssen und wir wissen dass die haben leute demnächst auch können wir die haie einfach erledigen weil ich könnte mir vorstellen dass die uns erledigen aber hier rein kommen sie nicht okay sehr gut ist jetzt ein bis vom hei und wir sind tot geht da oben geht es nicht weiter geht da oben geht es nicht weiter da geht es nicht weiter okay wir müssen wohl hier durch ja das was so schnell wieder auf dem schiff sind war es war ja klar dass das passiert spätestens nachdem es hieß dass wir tauchen müssen und das auch mal üben müssen quasi war es doch so was von klar dass das passiert aber ja explodiert immer noch ziemlich viel ich habe die küche gefunden ob sie noch etwas leckeres zu essen gibt enthält vier dosen gehackte schweineschnauze mittelklasse sagt auch hier gibt es bestimmt was zu essen ob ich das aber essen will ist eine andere sache aber ja gut ging es jetzt eigentlich weiter da oder da lang ich habe gerade die orientierung verloren ah ich glaube ja das ist immer richtig das heißt ich glaube hier geht es nicht richtig durch oder ne da kommt man nicht hoch oder ich stelle mich natürlich mal wieder zu blöd an das ist natürlich auch möglich nein hier ist ja wohl richtig was haben wir da schönes du hast das captains lockbuch gefunden und lass mich raten weg aus dem frachter suchen ab jetzt kommen unsere harmfreunde harmmemo auf versorgung captain als bau bitte defekte hat 2000 sicherung entfernen ist hinter der karte in mein büro danke wenn wir da leider ne scheinbar können wir dann verdammt den wollte ich nicht verwenden können wir leider nichts machen mit dem safe ich sag doch jetzt kommt bestimmt die harmleute und ich schätze mal wir müssen weil genau denselben weg zurücknehmen wie woher auch wo ist das frei jetzt ne ah war ein versuch wert war ein versuch wert war ein versuch wert ein glück kann man die haben ruhen wieder zurückholen ja toll du triffst da draus du kannst dadurch diese dinger durch treffen und ich nicht vielleicht geklappt zum dach da drüben ok ich habe jetzt nicht gesehen gehabt jetzt klappt es auf einmal gleich hier okay dich haben auch und ich denke das ist eine gute zeit um eine kleine pause zu machen und dann gehen wir doch mal zurück in der nächsten folge zurück an land was ich mich nur frage ist aber vielleicht doch wieder geschnappt werden und im u-boot auffahren das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dem spiel naja wir werden sehen dann sei mal vielen dank fürs anschauen macht's gut bis zur nächsten folge tschüss